Hallo, mein Name ist Emil Sandkuhl. Ich bin Qigong-Lehrer und werde euch heute eine weitere Nierenübung zeigen. Für die Übung werden wir den Stand schließen. So werden die Beine stehen. Und ich drehe mich zur Seite, damit ihr die Übung besser sehen könnt. Gut. Sinken, steigen. Drehe, sinken und steigen. Drehen, sinken und steigen. Ausatmen, einatmen. Ausatmen, einatmen. Aus, ein. Aus, ein. Gut. Und nachspüren. Und abspeichern. Und ich wünsche euch gesunde Nieren. Haltet die Nieren warm. Bis bald. Bis bald. Schuld. Drehe. Untertitelung des ZDF, 2020